Willkommen bei der Airpower. Wir befinden uns da bei den Flugsimulatoren. Wir haben einige unterschiedliche Modelle. Bei uns kann man einsteigen und einfach mal probieren, wie fühlt es sich an in einem Flugsimulator und in weiterer Folge möglicherweise auch in einem Flugzeug. Wir haben zusätzlich zu den Flugsimulatoren da auch die Fliegerpsychologie bei uns. Hier kann man bereits probieren, hätte man unter Umständen das Zeug und die Eigenschaften für den Beruf des Piloten, der Pilotin. Ich bin in der Florian, ich bin Pilot beim österreichischen Bundesheer und hinter mir kann man sehen, wir haben mehrere Simulatoren beim Heerespersonalamt aufgebaut. Und unsere Aufgabe, unser Ziel da ist es, dass wir die jungen Leute, die Gäste, die daherkommen, ein bisschen betreuen. Wir stehen daneben, wir erklären alles und wir schauen uns dann natürlich an, wie sich jemand im Simulator anstellt. Also konkret schauen wir da auf die Steuerführung, ist das feinfühlig, wie geht man eventuell mit Stress um, also es werden jetzt keine großen stressigen Situationen entstehen. Aber man kann schon ein bisschen rausfiltern, weil das Fliegen ist halt eine Multitasking-Angelegenheit, wie sich jemand im Flugzeug verhaltet. Und wenn das passt, also wenn wir da ein bisschen Talent erkennen, dann schicken wir die natürlich auch weiter zur Fliegerpsychologie, wo man dann eine gute Testung machen kann. Wenn auch du Interesse hast an einer Laufbahn beim Bundesheer, zum Beispiel bei den Luftstreitkräften als Pilotin oder Pilot, dann komm zur Airpower am Freitag oder am Samstag nach Zeltweg. Wir sehen uns hier. Wir sehen uns hier.